hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich begrüße mich recht herzlich zu einer weiteren rund der ets 2 geheime straßen ja ich hoffe ich geht es euch gut ist jetzt alle gut drauf und es hat bis jetzt eine geile zeit gehabt und wir sind hier in portugal meine lieben fähre wir haben hier geheime straßen die möchte ich gerne zeigen wir setzen wir sind wieder mit den schönen kühler von herrmann im punkt unterwegs nur mal grüßchen raushammern danke für dieses kinder natürlich grüße ja alle meine abonnenten die großen die kleinen die neu dazu gekommen die veteranen schön dass es hier die weg zu mir in die geheime straßen gefunden habe ich hoffe ich kann ich ein bisschen mit diesen letztes brechen hier unterhalten hier hätten wir die geheime straße geht einmal rundum wer geheime straßen weiß meine lieben sportfreunde haut es mir in die kommentare schreibt es mir auf instagram oder tik tok schickt es mal streamschutz meine reize hier bei mir die videos und das ist natürlich erwähnt so 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 haben wir so 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 haben wir die geheime straße so zu sorgen erledigt mit dem spurt nach oben freuen über das eine oder andere kommentar würde mich natürlich auch freuen wer lust und wer laune hat der kann mich gerne abonnieren die glocke aktivieren so dass wenn es hier aus die heimstraße weiter geht nichts mehr neues versammt werden oder wünsche ich nur bis zum nächsten mal einen schönen abend und schöne nacht einen wunderschönen guten morgen lieber sportsfreund liebe sportsfreundin je nachdem wann dass du dir dieses video schaust vergesst nur mein leitspruch nicht respekt kommt vom brot respektieren in diesem sinne bleibt mir gewogen und vor allem meinen sportsfreunde dies ist viel wichtiger bleibt mir gesund bis zum nächsten mal euer hp servus